Sie bitten, bleiben Sie bei mir, weil das macht keinen Sinn, wenn wir nicht mehr reden können, Herr Bosbach. Entschuldigung, ich habe Ihnen vor 10 Minuten, 15 Minuten gesagt, was ich mitmache und was nicht. Herr Bosbach ist persönlich vom Verhalten und von Ihrer in Anführungszeichen Argumentation unerträglich, muss ich mitgehen. Nein, 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 Herr Bosbach, bleiben Sie bei mir.